Yo Boys, heute zeige ich euch hier den Van Dyke, wie ich die Packs of mache und die SVCs mache. Ich habe das vorher aufgenommen, aber ohne meine Stimme. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal hier, wie ich das hier mache und danach zeige ich euch nochmal mein neues Team. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.